Sitzung wieder reingepackt, aber so grundsätzlich bin ich immer irgendwo anders. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung worum. Also ich bin irgendwie nie so mit irgendeinem Spieler zusammen. So was verstehe ich halt nicht. So, hier wenigstens mal Bronze erreichen, das wäre schön. Und zu unserer Linken sehen wir eine Stadt. Ich habe keine Ahnung was für eine Stadt ist. Oh komm. Super killig.